In LibreOffice 5.1 hat Calc viele neue Funktionen, mit denen die Tabellenkalkulationen effizienter bearbeitet werden können. Die Menüs wurden vereinfacht und das neue Menü Tabelle enthält alle Operationen für Zellen, Zeilen und Spalten. Neue Kontextmenü-Einträge wurden hinzugefügt, um eine Zeile unterhalb von der aktuellen einzufügen oder eine Spalte rechts von der aktuellen einzufügen. Die Eigenschaften-Seitenleiste enthält nun ein Dropdown-Menü, um zwischen den Stilen zu wechseln und mit den Buttons die Schriftgröße zu verkleinern oder zu vergrößern. Neben HTML und PDF ist es nun auch möglich, Tabellen im PNG-Bildformat zu exportieren. Während der Suche nach Daten können Sie Calc jetzt anweisen, dass es formatierte Zeichenfolgen erkennen soll, so wie hier, wo wir eine Zahl mit Komma als Tausender Trennzeichen suchen. Wir machen ein Häkchen an, nach formatierter Zeichenfolge suchen, um die Zahl zu finden. Und schließlich wurde in dem Menü Daten ein neuer Statistikdialog zur Berechnung linearer, logarithmischer und potenzieller Regressionen hinzugefügt. Bild. Thank you very much total. Arawaast Layen. Gottens. uros. Untertitelung des ZDF, 2020